In der heutigen News-Folge geht es um. Teams testen diese Woche Reifenprototyp für Niederlande Grand Prix? Bleibt die Formel 1 auf RTL? Wird das DRS wegen der Parkvermehl-Regelung illegal? In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Mario Isola hat bekannt gegeben, dass die Teams nächste Woche die Prototypen der Vorderreifen der C2-Reifenmischung für den Niederlande Grand Prix testen. Zitat von ihm, der Prototyp wurde mit einer etwas anderen Konstruktion entworfen, da wir immer noch die Streckendaten analysieren. Wir haben eine Analyse des Bankings durchgeführt und es ist geplant, diese Reifen mit einem etwas höheren Druck zu verwenden. Sie haben noch keine endgültigen Daten über die Rennstrecke, über die Asphaltrauchigkeit und so weiter, aber der Reifen soll widerstandsfähiger sein. Der Vertrag zwischen RTL und der Formel 1 läuft Ende diesen Jahres aus, doch der Kölner Sender möchte weiterhin dabei bleiben und die ersten Gespräche hat es auch schon gegeben. Laut dem RTL-Sprecher Matthias Bohlhöfer sei die Formel 1 das populärste und meistgesehene Sportformat. Aber auch der Pay-TV-Sender Sky ist an einem neuen Kontrakt interessiert. 2019 schalteten bei RTL im Schnitt 4,05 Millionen Zuschauer pro Rennen ein, was ein Minus von etwa 450.000 Zuschauer ist, denn 2018 kamen sie auf einen Schnitt von etwa 4,5 Millionen Zuschauer pro Rennen. Als Sky 2019 nach einem Jahr zurückkehrte, kamen sie pro Rennen auf 467.000 Zuschauer, 2017 waren es 3.000 Zuschauer mehr. Sky erreichte mit den drei freien Trainings, dem Qualifying und dem Rennen 812.000 Zuschauer, was ein Plus von 4% ist, denn 2017 waren es 780.000 Zuschauer. Die 4 hat das Dual-Achsen-Lenkssystem von Mercedes als legal eingestuft. Vorerst. Doch Renault hat gute Argumente, dass es möglicherweise doch illegal ist, denn die Park-Familie-Regelung könnte Mercedes belasten. Wenn Bottas oder Hamilton am Lenkrad ziehen, verändert sich der Spurwinkel, was laut technischem Reglement für 2020 legal ist. Die Frage, die im Raum steht, sollte lauten, ist das DRS ein Lenkssystem oder ein Aufhängungssystem? Denn beide Komponenten haben unterschiedliche Definitionen. Mercedes hat ein ganzes Jahr an dem neuen System gearbeitet. Laut sportlichem Reglement ist es bis zum Rennen verboten, das Auto nach Verlassen der Boxengasse nachträglich zu verändern und laut Artikel 34.6 darf der Teilnehmer die Aufhängungsabstimmung nicht verändern. Weiterhin steht im Reglement, damit sich die Prüfer vollkommen davon überzeugen können, dass keine Änderungen an den Aufhängungssystemen vorgenommen wurden, muss bei der physischen Inspektion klar sein, dass Änderungen nicht ohne Einsatz von Werkzeugen vorgenommen werden können. Die Begründung lautet, das Lenkrad verändert die Spurwinkel der Vorderräder. Dabei muss aber erst einmal die Definition des Aufhängungssystems geklärt werden. Verstößt ein Team gegen diese Regelung, wird ein Boxengassenstart zur Pflicht. Rennleiter Michael Maisy geht nicht näher auf die mögliche Auslegung der Park-Familie-Regeln ein. Er bevorzugt es, dass sie das direkt mit dem Team klären. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich finde es gut, dass der Prototyp getestet wird, da haben alle was davon. Die Fahrer lernen die Reifen kennen und Pirelli sammelt Daten. Für die Zuschauer, die kein Geld für Formel 1 ausgeben möchten, ist RTL natürlich wichtig und von daher hoffe ich mal, dass es zu einer Vertragsverlängerung kommt. Ich habe jahrelang Formel 1 auf RTL geguckt, bin 2019 zu Sky gewechselt und habe, was RTL angeht, eine Meinung. Schaut mal oben rechts. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass das DAS im Bereich der Park-Familie-Regelung illegal ist, weil man während der Fahrt Veränderungen am Fahrzeug vornimmt. Mich würde aber mal interessieren, was ihr denkt. DAS, ein Link-System oder ein Aufhängungssystem? Schreibt mal eure Meinung mit Begründung in die Kommentare. Ich bin mir sicher, dass es ein Aufhängungssystem ist, denn die Spur gehört zur Radaufhängung. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Dirty Chaos 89, meinem Teamkollegen in der Chaoten Gaming-Rennliga. Er schreibt, Ich dachte, du würdest noch ein paar Worte über die 1 zu 1 Kopie des 2019er Mercedes von Racing Point verlieren. Vielleicht kommt das ja in einem späteren Video. Ich persönlich bin der Meinung, dass es wirklich eine 1 zu 1 Kopie ist. Auch der HSV F20 ist eine Ferrari-Kopie von 2019. Aber Andy Green, der Technikdirektor von Racing Point, hat sich zu Wort gemeldet. Zitat von ihm. Unser Auto ähnelt dem Mercedes in gewissen Bereichen, aber wir finden in der Boxengasse einige Fahrzeuge, welche sich an anderen orientieren. Wir sind da keine Ausnahme. Wir haben im letzten Sommer so um das Rennen in Deutschland herum entschieden, wir müssen etwas radikal anderes machen. Wir spürten, dass wir mit der Evolution unseres Renners RP19 an gewisse Grenzen stoßen. Die Entwicklung flachte ab, wir wurden nicht um so viel schneller, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir stellten uns die Frage, können wir mit einem komplett anderen Konzept vielleicht einen größeren Schritt nach vorne machen? Er hat noch weit mehr gesagt, aber das wäre für dieses Video zu lang. Der Link zu dem Beitrag befindet sich ganz oben in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschau.